Musik Hi, ich bin Basti, ich spiele Schlagzeug bei Neander und ich sitze in einem Gerippe. Hi, ich bin der Patrick und ich spiele bei Neander. Hi, ich bin Michael, ich spiele Gitarre bei Neander. Hi, ich bin Jan von Neander, ich spiele Gitarre und quasi Bass gleichzeitig. Also ich vermisse nichts, es gibt ja eh genug Bands mit Gesang und deswegen ist es auch mal ganz angenehm, ohne Gesang auszukommen. Dadurch, dass der Kühlturm quasi offen ist, ist es ja auch so ein bisschen unendlich und unsere Songs sind ja auch so ein bisschen episch, unendlich würde ich sagen, sehr lang und das passt schon sehr gut. Musik 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 Aber dann sind sie wieder weggezogen. Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.